wo du aufs Dach gehst Aha, Holz? Waffenwerkzeug? Ok Grüß Sie Ein Lederhelm Ach! Das heißt keiner Ein Lederhelm, alter ich hau mir nen Ledercap hier aufm Kopf Das heißt keiner Ok Warte So, hier Du runter Warum bezeugt ich denn jetzt? Bezeugt denn bei dem Keller hinter die Trubbatter? Was denn? Oh, dann kommt die Kette mir auch einen machen können Ich hab noch über 2 Stacks glaube ich, oder? Ne, 1 Stack und 9 habe ich jetzt noch ganz genau Ja, so sehr viel habe ich auch nicht mehr 1 Stack 9 10 Bringe mal denn dein Ledercap wieder nach oben Ist ja schließlich dein Ledercap Ja, mach Dach nennt er gut Ja Ich bin kein Mal eben schnell da was eckig hoch gesetzt, kommt da was zu Ja reicht doch Typische Bromhaus Na gut Na gut Na genau Gott ich auch Komm mehr Komm mehr Komm mehr Komm mehr Komm mehr Alter der ist übrigens hier unten drin ja Der verfolgt dir Was? Was? Ja Gut, dass ich schon angefangen hatte den zu schlagen Na gut, dass ich ihn gecolt hab Alter, deine Türen nehmen mir auf den Sack, wisst ihr das? Kannst du keine normalen Türen machen? Nein Warum ist hier ein Bett? Das steht für eine halbe Ewigkeit da Warum eigentlich? Weiß ich nicht, das war mal ein Notbett, weil, ne? Ich finde, war dein Reisebett Nein! Alter, die Kübra haben sie auch irgendwie verbessert, hab ich das Gefühl, du fliegst viel höher jetzt Jo Wo ist dein Oriam? Hier war noch irgendwo einer, also Wo ist dein Oriam? Hab grad alle dabei Ja ich jetzt auch, hier Landschaft Hier Landschaft, ja komm, Landschaft ausbessern Weil, wie sieht denn das aus hier die Landschaft, äh echt mal, wie sieht denn das aus bei dir? Wie sieht das aus? Die Kraut und Rüben, ey, heute kann man ja auch schon kommen Herr Küper Ja, wir bauen ja noch ein bisschen mal da Hey! Warum bin ich jetzt aber nicht gestorben? Er schießt da neben und ich treffe einfach mal geil, oder? Alter, verpisst die Kübra Der gehört zu mir, wie der Krieger von meiner Tür Äh Alter, fünf Steinen, eine Erde, ne? Sooo Was machst du denn da oben? Was hast du denn da oben? Oh, schick, ja Vielleicht nicht mehr Alter Ja, wir sind doch was, Night By One Ey, das ist voll nervig, wenn die nur einen Block über dir stehen, hast du kommende Chance an mir rein zu kommen Ja, du Ach, mein Grundsatz nicht Du, was kommt noch Schau? Ich, ich schaff's mal locker Böte nicht, ja? Ist doch Böte nicht Böte nicht Lass uns So, okay Das Dorf ist wieder ausgelöst Ich hab da schon mal viele gemacht Die Kies und die Grascheu Oh, da ist ein Tommy Warum gibst du mir 36 Kartoffeln? Ich habe keine Kartoffeln essen Warum nicht? Warum hast du sie dann angebaut? Ich muss sie nicht mehr essen Oh, ich auch nicht Ach, übrigens, ähm Wenn du möchtest, kannst du deinen Helm wieder haben Ich hab noch einen Nö Na gut, denn nicht Denn lässt du bleiben Ich hab dir ja Sachen, da brauch ich keinen Eisenhelden Mhhh Ich glaube, deswegen hab ich auch noch einen Eisenhelden Wenn ich noch einen Eisenhelden Ähm So Ein Pferd dran? Ja, das Wen hab ich? Oh, nix Gehen Hopp Ah, schade Ach, schade Ach, schade Was ist mit dir? Boah, alter Asche am Mittwoch Boah, alter Was ist das? Leute, das Skelet schießt mich zu den anderen Skeletten Die machen mich beide fertig Ja, wann er fällt Nächster Wir haben würde ich jetzt gegen eine Hexe keine Ahnung 10 Minuten Macht doch Ja, wir haben hier keine Hexe Das ist doch scheiße Aber Doch, man kann ich Dafür kann ich aber auch nicht Das ist mein Zombie Weiß 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 Da war ich was Pre-Buy Ich hab jetzt keine Erde mehr dabei Wir haben gerade alle weg Was du nicht gesagt hast, was kann ich in der Hexe kämpfen Da vorne ist eine Da vorne bei mir am Ja, da Meine Hand Meine, meine 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 Ich muss mich fressen Sie guckt mich an Sie hat schon was in der Hand gehabt Sie kommt Sie ist auf mich fixiert Oh, oh Oh, oh Was Zwei Spinnen Zwei Spinnen Ja Du hast Du hast einen Pfeil in der Waage Und du eine Eier Echt? Alter, machen wir es nicht Nein Nein, nicht mehr Doch Nein, bei mir nicht Nein, bei mir nicht Nein, bei mir nicht Nein, bei mir nicht Ah, du Ja, doch Ja Dachte, du meinst mich Entschuldigung Ich hab den immer noch an der Eier Nö Äh, ja, okay Alles klar Spricht dich deutlicher aus Und dann mit der Frau hat nichts So Oh Und dann selber durch das Portal durch Ah ja, genau wie vor Was willst du mir jetzt im Messer? Noch ein paar ausgedrückt Das ist typisch da vorne Wollst du rein? Rein informativ Wir haben da noch ein bisschen was an Bauvorbereitungen, ja? Ja, dann fang schon mal an Fang schon mal an zu planen Wollst du mich veralbern? Meinst du, mach das jetzt alleine oder was? Nee, weil ich wollte das erstmal ein bisschen Level fahren Warum? Nein, nicht unterbar Du würdert, alter Du würdert, alter Du würdert, alter Du würdest, besser aus Das ist gleich der aber Ja Wenn du tötest dich dann aber, weißt du ja Weil du, weil du, ne, du bist so ein Ekel, ey Mach mich sauer, mach mich richtig sauer Okay, ich darf wirklich Oh, alter, zwei Herzen noch Aber mir will ich mir verpestet Verpestet hab ich gesagt Ja, dann taue ich dich gleich Wobei nicht, lieber nicht Hm Hm Renn, 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 ich regeneriere nicht und ich sterbe jetzt Warum nicht, weil du nichts zu essen musst Doch, glaub ich hab, aber irgendwie Karotten halt nicht so lange hab ich's grün Mhm So, der Doof ist erstmal wieder repaired Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine Notunterkunft für unsere Bautätigkeit Nice Hm, das war nämlich der Sinn, deswegen hab ich das repariert, mein Kleiner Wann ich mich jetzt schon raus machen? Geronimo, 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 ich hab's geschafft Ähm Oh, wie ist es, mein Sitz? Alter, wir haben Tag Oh Gott, noch bitte noch Ähm, wie viele Blöcke haben wir denn in der Breite, ähm Oh Gott Angelegt, gerechnet Für unser Projekt Weiß ich gar nicht Eigentlich haben wir gar keine Breite angelegt und so Wir haben einfach drauf losgebaut, geguckt und dann fertig Ja eben, deswegen Und jetzt muss es mal eruieren, sozusagen, wie breit das Ganze ist Weil danach richtet sich, ähm Warum? Wie könnt ihr das auch? Was hier geplättet wird Also ich glaube, wir bleiben hier, wir bleiben auf der Höhe der Kürbisse, oder? Ja klar, können wir machen Kürbisse, das heißt, wir müssen Achso, so Weil du eine Möhre in der Hand hast? Weil du eine Möhre in der Hand hast? Ja 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 Ja